Musik Ich fahr schon extra tagsüber mit Licht. Ich versuch zu hupen, ich schreie aus dem Fenster. Ich kurbel das Fenster runter, schlag von außen gegen die Wagentür. Ich spiele Public Enemy in voller Lautstärke. Ich schicke Gebete zum heiligen Franziskus Christoph aus, weiß der Geier. Ich tue wirklich alles, was man tun kann und trotzdem rase ich pro Woche in mindestens ein Reh. 13 Rehe habe ich... Die wurden verprügelt, ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich baue meinen Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gevögelt. Zufrieden? Geh... Geh... Bis zum nächsten Mal.